So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Es ist jetzt 2.48 Uhr nachts. Ich habe nämlich eben noch die Bewertungen für das NAR Battle gestreamt, was wahrscheinlich uninteressant ist, außer für die Leute, die auf Battle Rap stehen und sonstiges. Und dann habe ich gesehen, es sind schon wieder neue News rausgekommen. Es gibt schon wieder was ganz Neues und zwar die News zum Neujahrsevent, zum Jahreswechsel. Was wir wussten, war ja schon, dass es hier so ein Hut-Hut geben wird. Ein Hut-Hut mit einem Hut und einer Schleife, was total toll aussieht. Guckt euch dieses Pokémon an, ihr werdet begeistert sein. Es gibt aber auch natürlich viele alte Sachen. Es sieht auf jeden Fall mega krass aus. Für mich gibt es eigentlich so gut wie nichts Neues, außer halt wahrscheinlich dann dieses Hut-Hut. Aber wer jetzt noch relativ neu dabei ist, der wird so viele kostümierte Hut-Pokémon sehen, der wird seines Lebens nicht mehr froh. Gucken wir mal rein. Leute, das Jahr 2022 mit unserem Neujahrsevent ein. Hallo Trainer, ne? Bla, 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 bla. Warum hier und da nochmal? Egal. So. Wann geht's denn los? Freitag, der 31. Dezember um 22 Uhr, zwei Stunden vor dem Jahreswechsel, bis Dienstag, den 4. Januar, 20 Uhr Ortszeit. Schreibt es euch wieder auf in euren Kalender, aufs Handy, könnt ihr das ja machen. Also ist auch nicht so lange, es sind nur fünf Tage. Fünf Tage nur. 31. Dezember, 22 Uhr, bis Dienstag, 4. Januar, 20 Uhr. Die Spezialforschung zur Jahreszeit der Herkunft geht weiter. Nach einem geschenkreichen Weihnachtsfest hat Spark beschlossen, eine Silvester-Party zu schmeißen. Auch die Pokémon in der Nähe sind deshalb in Party-Laune. Mhm. Okay, die Spezialforschung geht weiter. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber okay. Feuerwerk. Wir begrüßen das neue Jahr auch in Pokémon Go mit einem Feuerwerk. Von Freitag, dem 31. um 23 Uhr bis Sonntag, den 2. um Mitternacht, auf der Karte wird es zu sehen sein. Richtig nice, oder? Was sagt ihr dazu? Event-Boni. Doppelter Schlüpf-Sternenstaub. Das gab es schon ewig nicht mehr, oder? Kann das sein? Ein Halbschlüpf-Distanz. Doppelte Schlüpf-Bom-Boms. Also alles dreht sich irgendwie ums Brüten. Staub aus Eiern, halbe Schlüpf-Distanz und Schlüpf-Bom-Boms. Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Schlüpfer-Fan, deswegen trage ich Boxeshorts. Nein. Brütet ihr in letzter Zeit viele Eier, wird natürlich wieder einiges aus 7 Kilometer Eiern kommen. Ich bin eigentlich immer so an den 12 Kilometer Eiern dran, immer so auf der Suche nach dem 100er Garnowill. Befristete Forschung, auch hier zur Feier des neuen Jahres gibt es eine befristete Forschung für euch. Wenn ihr die Forschungsaufgabe abschließt, begegnet ihr verschiedenen kostümierten Pokémon. Ja, was denn auch sonst? Es dreht sich ja alles darum. Jetzt habt ihr hier eine mega große Liste mit kostümierten Pokémon. Guckt euch das an, das ist so viel. Wie jedes Jahr begegnet ihr verschiedenen kostümierten Pokémon. In diesem Jahr sind Hut-Hut mit Neujahrshut und Lasho King mit 2022 Brille zum ersten Mal dabei. Außerdem könnt ihr jetzt in Pokémon Go mit etwas Glück einem schillernden Hut-Hut begegnen. Auch nach dem Event könnt ihr noch auf schillernden Hut-Hut ohne Kostüm treffen. Das mit dem Kostüm kann man ja sicherlich nicht entwickeln. Wenn es dann ohne Kostüm da ist, dann kann man es ja sicherlich entwickeln. Also ist auch wie Damir Plex immer dann interessant gewesen. Wie jetzt auch Seemobs dann interessant. Aber das kriegt ja eh sein Seed Day, kennt man also. Die ganzen Starter hier sind zurück. Bisasam, Glumanda, Shiggy, alles alte Kamelle. Dann habt ihr hier andere Partyhüte mit Radikal und Nidorino. Also gab es alles schon. Ihr habt hier unten, ihr habt hier wohin genau. Wumpel, Gengar ist dabei. Was ich interessant finde, hier Fleckmon mit der Brille gab es. Wenn man das hatte und hat das entwickelt, hat man Lamos mit der Brille bekommen. Vom nächsten Jahr dann. Jetzt müsste man also es schaffen, wenn man noch einen Fleckmon hat mit einer 2020er Brille, müsste man das jetzt dann entwickeln können zu einem Lasho King mit 22er Brille. Obwohl, ich sehe, dass hier gar kein Shiny-Symbol dran ist. Das heißt, überall ist ein Shiny-Symbol dran? Das ergibt doch wieder mal gar keinen Sinn, oder? Das kannst du zwar kriegen. Ein Lasho King mit 22 Brille, aber irgendwie nicht aus einem Shiny heraus entwickeln. Bei Raichu irgendwie auch so. Du kannst das Pichu brüten. Du kannst das Pikachu wild bekommen. Du kannst das kostümierte Pikachu, aber... Eigentlich müsste es ja entwickeln können, dann ist doch das aber auch Shiny. Also verstehe ich nicht. Hier steht ja nichts von wilden Pokémon. Hier steht ja nur, dass die halt Kostüme tragen. Entweder haben sie das vergessen oder es macht einfach wieder gar keinen Sinn. Also wenn ihr ein Pikachu entwickelt, ein Shiny mit Hut, müsste das doch dann ein Raichu mit Hut shiny sein. Genauso wie hier, wenn ihr das dann entwickelt, müsste doch das rauskommen. Wie kriegt ihr sonst das? Das wird doch nicht wild rumsitzen. Das wird nicht wild rumsitzen, das müsst ihr sicherlich entwickeln. Wirft für mich schon wieder totale Fragen auf. So ein Pichu mit Neujahrshut, weiß ich gerade gar nicht, ob ich das habe. Wenn, dann würde sowas fehlen bei Pichus. Da bin ich noch raus. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr einen Pichu mit Partyhut habt. Also mit so einem Neujahrshut. Nicht Partyhut, Neujahrshut. Das wird ja entschieden. Das sind Partyhüte. Das sind Partyhüte. Das sind Neujahrshüte. Was wild von dem ganzen Zeug dann rumsitzen wird, ist eben Pikachu, Jorob, Phlegmon, Damierplex, aber ohne sein Glöckchen, weil es kein Winterkostüm hat. Huthut mit Neujahrshut, was auf jeden Fall gut tut. Und worauf ich auch gehen werde. Wambel mit Partyhut, auch als Shiny, Krakelo, wild. Vor allem mit etwas Glück begegnet ihr Habitag. Wie nutzlos und sinnlos ist das. Also von den Wilden. Pikachu ist immer was Feines. Huthut jetzt neu dabei. Kann man sich gönnen. Wunderbar. Raidkämpfe. Vielleicht interessant. Vielleicht auch nicht. Stufe 1 habt ihr hier dann auch das Huthut drin. Braucht man aber ja nicht anbieten, wenn das überall sitzt. Wohin genau? Hm. Flunkkiefer. Gibt es noch Megaentwicklung irgendwann. Kann man dann raiden. Und hier Phlegmon mit Brille. Raidkämpfe Stufe 3. Radikal. Nidorino. Gengar mit Partyhut. Lasho King mit... Ach. Ihr müsst das Lasho King... Das Lasho King mit dem... Mit der komischen Brille müsst ihr wohl aus dem Dreier-Raid ziehen. Halt einmal. Einmalig. Damit ihr das habt. Wenn ihr das möchtet. Kann aber nicht Shiny sein. Das ist ja jetzt eigentlich schon die Lösung des ganzen Problems. Ihr könnt also keins entwickeln. Ihr könnt eins aus dem Raid ziehen. Es kann aber nicht Shiny sein. Aber warum kann das Pikachu kein Shiny sein? Also das Raidschuh dann? Weiß ich nicht. Machomai. Machomai. Fände ich noch als interessantestes Pokémon hier dabei. Aber es hat ja sein C-Day gehabt. Jetzt ist beim Super-C-Day auch wieder aufgetreten. Ich weiß nicht, ob da noch Bedarf ist. Insgesamt finde ich hier jetzt nicht so interessante, nützliche Raids dabei. Wir haben aber Mega-Rex-Blizzard noch drin. Vielleicht kann man ja mal Mega-Rex-Blizzard noch mal machen. Für die restlichen Leute, die da noch Mega-Energie brauchen. Kyurem ist weiterhin drin. Pokémon in den Feldforschungsaufgaben habt ihr hier auch. Hut, Hut, Fleckmon mit Glück. Auch die Stader mit den Hüten in den Eiern. Habt ihr auch hier alles, was man braucht und was man nicht braucht. Plus zusätzlich hier auch das Pichu mit Neujahrshut. Was dann eben das seltenste wohl ist. Von allem, weil die ja auch wild sein können und überall rumfliegen. Was ist jetzt richtig? Nö. Nö. Denn die Starter hier, die kriegt ihr nur aus 7 Kilometer Eiern. Genau. Lest euch am besten den Artikel einfach selber durch. Damit ihr wisst, was Phase ist. Es ist schon spät und ich hab vorhin eine Flasche Bier getrunken. Und jetzt bin ich total durch. Neue Avatar-Artikel mit uns Dicker. 2022 Brille, neuer Stirnband, neuer Jackenset, neuer Hose, neuer Schuhe. Sieht auf jeden Fall richtig fesch aus. Finde ich auch alles total hässlich. Und dann war's das eigentlich schon. Also Eier interessieren mich nicht. Außer Pichu, wenn ich's noch nicht hab. Hut-Hut-Brüden brauchst du nicht. Hut-Hut aus Feldforschungsaufgaben brauchst du eigentlich auch nicht. Hut-Hut aus dem Raid brauchst du eigentlich auch nicht. Denn Hut-Hut gibt es wild. Und ob man dieses Pikachu entwickeln kann oder ob ich das schon hab. Und warum das dann nicht mehr shiny sein kann, das müssen wir rausfinden. Also, Neujahrs-Event. Hauptfokus ist auf die Eier gelegt. Hauptsächlich, wenn man sich die Boni auch betrachtet. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts großartiges Neues. Bis auf das Hut-Hut, was richtig toll aussieht. Muss ich nochmal dazu sagen. Werdet ihr dann sehen, wenn ihr eins habt. Und ein Lasho-King mit einer 22er-Brille aus einem 3er-Raid. Das sind die neuen Sachen für mich. Was ihr davon noch braucht, schreibt ihr in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.